Was wir und andere in der Branche uns erwarten ist eine Belebung des Marktes und die Belebung des Marktes bedeutet, dass wir die Top Ten unter den Prüfungsunternehmen eine Konkurrenz zu den Big Four, die bisher den Markt dominieren, darstellen und das eben in den verschiedenen Marktsegmenten. Dazu kann man auch vielleicht noch hinzufügen, die Reform hat ja mehrere Überlegungen als Hintergrund und als Auslöser gehabt. Ein Kernbereich ist die Stärkung der Unabhängigkeit des Prüfers gewesen, aber ein anderer, mindestens so wichtiger politischer Motivationsfaktor ist eben genau die Belebung des Marktes und die Hoffnung, dass die größeren Prüfungsgesellschaften, die auch weltweit ein Netzwerk haben, aber nicht zu den vier Größten gehören, zu den anderen wieder aufschließen können, sodass man vielleicht wieder eben zu den großen Acht oder vielleicht große Zehn zurückkehrt, weil von der Leistung, die absolut in der Lage sind, auch diese Mandate zu übernehmen. Welche Herausforderungen bringt die Reform für die Prüfer? Bei aller Stärkung der Unabhängigkeit ist etwa das Ausufern der Dokumentationspflichten, das ist doch Neuland in dieser Form und wird sowohl für die Wirtschaft als auch für die Prüfer selbst direkte Lasten bringen. Also das kann ich bestätigen. Das, was heute als Pflichtprogramm jenseits der, was man früher gesagt hat, eigentlichen Prüfungshandlungen liegt, ist so exponentiell gewachsen, dass die Nettoprüfungszeit sich im Vergleich zu früher wesentlich verringert hat. Aber auch darauf müssen wir eine Antwort finden. Da denken wir als Berufsstand auch über Mittel nach, wie zum Beispiel eine audiovisuelle Prüfungsdokumentation. Das heißt, es sitzt nicht mehr der Prüfer vor seinem PC und schreibt mühsam Memoranden, sondern während die Prüfungshandlungen durchgeführt wird, wird der Prüfer gefilmt oder der Bildschirm wird gefilmt und das, was gesprochen wird, auch mit dem Mandanten, wird eben gespeichert und wird elektronisch in die Prüfungsakte übernommen. Ein völlig neuer Weg, aber wir müssen dazu eben auch Antworten finden. Und so wird sich der Charakter der Prüfung generell verändern. Weg von den manuellen Prüfungshandlungen hin zu IT-basierten Prüfungshandlungen und das Ganze eben nicht nur einmal am Jahresende. Das heißt, wir sprechen auch über das Thema Continuous Auditing, also eine mitlaufende Überwachung des Buchungsstoffs, durch Suchung auf Auffälligkeiten und wenn im Buchungsstoff Auffälligkeiten sind, Parameter verletzt werden, dann muss eine sofortige Meldung an das Unternehmen erfolgen und nicht erst am Jahresende, wenn der Abschlussprüfer einmal im Jahr läutet. Genau in die Richtung geht die Reform bei einem ganz allgemeinen Satz, der, glaube ich, aus deutscher Sicht oft unterschätzt wird. Sowohl in den Erwägungsgründen als auch später im Regelungstext ist enthalten, dass der Prüfer bei seiner Unabhängigkeit bewusst auch darauf zu achten hat, dass Fehler auch aus vorsätzlichen Handlungen enthalten sein können und diese zu suchen sind. Nicht mit Sicherheit im Sinne einer Unterschlagungsprüfung oder Sonderprüfung, sondern was eben beim normalen Prüfungsprogramm auffallen kann. Das ändert die Reform jetzt europarechtlich und sagt ausdrücklich, man muss keine Sonderprüfung machen, aber man muss wohl auch damit rechnen, dass das sein kann. Und insofern kommt die Prüfung ganz sicher in diese Richtung, so wie Sie es jetzt andeuten und geht auch ganz stark hier einen weiteren Schritt, um die Qualität eben noch weiter zu heben. Die Anforderungen steigen sicher auch da. Und die technischen Mittel sind mittlerweile da. Das ist kein limitierender Faktor mehr. Und wenn ich Unternehmer wäre, was würde ich mir mehr wünschen, als wenn ich morgens vor der Zeitung noch mein Tablet oder mein Endgerät anschalte und ich sehe auf einen Blick mit den Daten des Vortages, ob die Parameter im grünen Bereich sind, ob irgendwelche Parameter verletzt wurden. Und das ist etwas, wo der Wirtschaftsprüfer in Zukunft erheblich zu beitragen kann, indem er nämlich eine Sicherheit gibt auf das Zustandekommen dieser Zahlen bei der Auswahl der Parameter, bei der Feinsteuerung mithilft, also mithilft, das Unternehmen ganzjährig sicher zu machen. Also das nimmt natürlich auch den Aufsichtsrat stärker in die Pflicht, weil der Kommunikationskanal Prüferaufsichtsrat dadurch nochmal stärker wird. Und das wird dazu führen, dass der Wirtschaftsprüfer wieder ein ganz anderer Ansprechpartner für das Überwachungsorgan wird. Und der Abschlussprüfer, der Wirtschaftsprüfer kann verlängerter Arm des Aufsichtsrats werden, dessen Aufgaben ja mittlerweile überborden. Jetzt ist noch dazugekommen, nicht erst kürzlich, aber doch in jüngerer Zeit, der Aufsichtsrat muss zum Beispiel die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Unternehmens, die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems, die Wirksamkeit des Compliance-Managementsystems und die Wirksamkeit der internen Revision überprüfen. Wie soll er das machen? Wie soll er das machen?